halli hallo halli hallo ich begrüße euch zum bausimulator es ist wieder samstag ein neues show für euch wird sagen wir legen auch gleich los neues profil bauarbeitermann ein firmenname fernfarbe blau kommen blau an die wir kommen doch schönes blau sieht so lieder mäßig aus kommen immer das spielfigur wenn man da hoch okay ob der baumeister er kommen in den jahr nummer du nehmen nicht nehmen ich nehme nicht nämlich nicht ist aber schon ein bisschen fies nur eine einzige frau ach komm wir bleiben jetzt bei ihm hier und ja würde ich sagen starten wir mal die karriere das ganze mache ich jetzt mit dem xbox 360 pad und schauen wir mal wie weit wir kommen was wir alles machen können wie cool wir drauf sind und eben meinen stuhl runterfahren schon schönes hintergrund da ist er die stadt wir sind am bahnhof in wolfsheim ah da bist du endlich du musst mal ein sein schön dass du da bist ich freue mich dich kennenzulernen mein name ist hans peter aber du kannst mich auch gerne habe nennen noch sehr schön habe freut mich dich ebenso kennenzulernen hallo habe danke dass du mich hier am bahnhof abholen bin schon gespannt darauf was mich hier erwartet naja zeit erst mal erwartet jede menge arbeit auf uns am besten ich zeige dir erst mal alles in ruhe und dann stürzen wir uns in die arbeit so lernt man am schnellsten okay ich freue mich schon darauf die ganze maschinen bedienen zu dürfen mal ganz langsam erst mal fahren wir zum firmengelände siehst du den klein weißen kW mit britsch oder drüben dort steigt doch mal ein und fahr ihn rüber zu unserem firmengelände ich zeige dir auf der karte unten links wo das ist wo soll ich mich direkt hin das steuer von einem kW setzen hier wie er sich freut und ja steuerung ist eigentlich grafik ist wirklich nicht schlecht fällt mir super und dann gehen wir doch mal na dann mal los wenn du hilfe benötigst kannst du dir tatspringung brauchen wir nicht wir fahren los schon links auf die karte ja wir sind richtig ach du scheiße also ja ist so ein bisschen ungewohnt die steuerung davon ist vom gelände wie es aussieht und gehen wir da mal rein so wir sind da firmengelände vom dorf das firmengelände ist die zentrale ausgangspunkt für alle deine aufträge hier stehen deine fahrzeugen wenn sie gerade nicht in den bauch sind auch wenn du fahrzeuge drückst jetzt landen sie wieder hier auf dem hof sowie da vorne ist ja hans peter zu schnell zum aussteigen ist ja auch lustig hier gucken uns die kiste ein bisschen an so hans peter hier bin ich habe habe nach egal so da wären wir das ist unsere firmengelände klein aber fein ich denke für den anfang sollte das genügen dort drüben siehst du unseren derzeitigen fuhrpark wir haben zwei kws ein kleinbagger und einen passenden anhänger um ihn zur baustelle zu transportieren wie die fahrzeuge im einzelnen funktionieren dazu kommen wir gleich okay bin schon sehr gespannt womit starten wir denn mir wir worte beauftragt weil wir wurden beauftragt eine zuleitung für einen sie ist eine zisterne zu legen dafür brauchen wir den kleinen bagger da sich der bagger nicht für die straße eignet bringen wir ihn mit dem anhänger zur baustelle fahr mit dem lkw vorsichtig an den anhänger ran sobald du richtig dies kannst du ihn an koppeln okay alles klar dann hoffen wir mal dass es klappt ich hoffe wir haben eine gute versicherung ja das hoffe ich auch für dich noch ein tipp den aktuellen auftrag status und deine aufgaben siehst du in den balken auf der rechten seite wenn du vorne auf das icon der jeweiligen aufgaben klickst dann erkläre ich dir noch mal kurz was du machen sollst so weißt du immer was du tun musst oder tun ist gut zu wissen dann komme ich meine anhänger an drückt die daumen dass alles gut geht mir lustiger typ steigt in den weißen britschen wagen so kann ich die ganz langsam so muss nichts machen ich kann los das stützfüße einformen r b und hoch ach da ach ja ach ja so und kamera rumdrehen also ich muss sagen es ist echt eine schöne grafik auch fällt mir super das ist glaube ich eigentlich egal wo ich lange verhätet auch gleich weiter ausfahren ach du meine güte sie können doch nicht einfach jetzt hier rechts rum immer schön ausholen bei so großen kisten ja das ist gerade grün nach da vorne ist es doch schon hier in dem haus naja den anhänger soll man da reinstellen so stopp oh man Scheiße, die Sturm ist nicht so meins. Wir machen das jetzt anders, wir machen das jetzt so rum einfach. Achtung. Ach, Stützfüße. Erstmal Kamera rum, zack und nach unten. RB und nach unten. Ja, da kommt auch schon rausgefahren der Stützfuß. Gut, den jetzt. RB abkoppeln. Uh, 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 uh. So. Boss, 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 hat's geklappt? Na, das hat ja schon ganz gut geklappt fürs Erste. Na klar, was denkst du denn? Bin ja kein Anfänger mehr. Jetzt mal ganz langsam mal ein, ich lade erstmal den Bagger ab und erkläre dir, wie man das Ding steuert. Na dann. Achso, ey, meinst du gut gemacht, steig in den Bagger. Da bin ich. Pass auf, was wir hier haben, ist ein kleiner Raubenbagger. Im Gegensatz zu einem LKW steuerst du hier die beiden Ketten und zwar unabhängig voneinander. Jeweils von nach vorne und nach hinten. Wegst du eine Kette nach vorne und die andere nach hinten, dreht sich der Bagger. Gut, das ist eigentlich klar. Logisch, und wie benutze ich die Schaufel? Den Profi nennt das Löffel. Um den Kanal auszuheben, musst du zunächst den Fahrmodus in den Betriebsmodus wechseln. Dann kannst du den Arm und den Löffel bewegen, sowie die Kabine drehen. Schalte in den Betriebsmodus, um zu sehen, welcher Hebel was macht und hebe den Kanal aus. Fahrer ein Stück zu jeder Markierung. Wo ist die Liedermarkierung? Ach, da vorne. Ah, achso. B drücken, Fahrzeugmodus wechseln. Ach, du, ach, du Scheiße. So, jetzt die Schaufel nach vorne. Äh, so. Und dann ist es so. Sag doch, geh doch. Hoch. Weg mit dem Müll. Könnten wir mal die Kamera drehen. Puh, das ist gar nicht so einfach. Äh, stopp. Hey, stopp raus. Ah, 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 Hilfe. Ha, du Scheiße. Nochmal, wir fahren das nochmal. Juhu. Ich will eigentlich mal da rum. So, jetzt geradeaus. Und dann leicht rum. Und jetzt auf der Stelle drehen. Äh, so müsste es funktionieren. Super. Schaufel ausfahren. Und rein damit. Hey. Hey. Hä? Hä? Wir hängen doch gerade fest. So, so rum. Ah, stopp nach oben. Jetzt nach unten. Ja, die Steuerung ist nicht übel, aber... Ah, stopp, nee. Den wollte ich schon nach hinten drehen. So. Und jetzt nach unten. Weiter baggern, gute Arbeit, soweit willst du noch weiter baggern. Nee, erst mal nicht. Also, ich hab's ja grob raus. Ich mach mal den noch schnell hoch. Ey. So, den schütten wir mal hier in den Rahmen. So, ich bedanke mich. Ich weiß, was für ein tolles Loch. Hui. Hey, Chef. Das hast du prima hinbekommen. Sieht gut aus. Als nächstes brauchen wir die Wasserrohre. Ich denke, die Palette sollte reichen. Wo bekomme ich die? Nimm dir den LKW und fahrt zum alten Heininger am Ortsausgang. Das ist unser hiesiger Baustellenhändler. Ich markiere dir den Laden auf der Karte. Sprich dort mit dem Verkäufer und besorge uns eine Palette Abwasserrohre und sag ihm einen schönen Gruß von habe. Bin schon unterwegs am Ortsausgang zum Heininger und Abwasserrohre. Geht klar. Achso, koppel am besten den kleinen Anhänger ab, bevor du losfährst. Stützräder, Ausfahr nicht vergessen. Hab ich schon gemacht. So, Karte. Oh, ah, cool. Die Karte, da muss ich hin? Das kann ja nicht sein. Was ist denn das hier drin? Besser, ja? Gut. Dann fahren wir mal zum hiesigen Baustoffhändler Heininger. Oh, Innenansicht. Oh, cool. Ach, du Heininger-Spieler. Ich muss, glaube ich, dringend mal die... Stung, also ich spiele... Au! Auf alle Fälle weiter. Das macht echt tierischen Pfannen, das Spiel. Super, also... Da hat sich das Geld gelohnt. Scheiße. Actioncam. Stoßstangenkampf. Ne, wir nehmen mal hier... Innenansicht. Innenansicht gefällt mir. Na, ganz schön zunde drauf hier bergauf. Wir können es aber bergauf beschweunigen. Das schaffe ich mir beim Auto nicht. Beim kleinen Polo. Oh, da-da-da. Brauche ich ein Fetter, da ist er doch irgendwo, oder? Langsam, 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 langsam. So, das Kieswerk haben wir hier. Das Kieswerk ist ein zentraler Anlaufpunkt. Hier hältst du sowohl Schuttgut als auch Frischbeton. Zum Füllen der Beton- und Milchschutz. Darüber hinaus kannst du auch Erdstaub oder Bauschutt abgeben. Das Gelände des Kieswerks ist recht weitläufig, der verschiedenen Bereiche zu beladen. sind weiß. Wir haben Lade, Plätze, Gelb markiert. Oder du fragst die Mitarbeiter vor Ort. Aber... Ist das wirklich? Hier musst du doch nicht hin. Ich musste doch... Äh... Warum? Verfügbare Aufträge. Was muss ich denn nochmal machen? Äh... 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 Ja, hm. Die Karte. Das ist doch der Baustoffhändler, oder? Naja. Von rein, klicken wir da raus. Hat der Glück gehabt. Da hat der Rapper Glück gehabt. Ich bin in grünen Zuhause. So. Bam. Jetzt gehen wir mal richtig ab hier runterwärts. So. Aber wir können noch einen kleinen mal hier rüber lenken. Komm. Abkürzung. auf dem karte denkt doch noch nicht mehr egal was schon ich bin ja gleich da ich hab langsam langsam der bauschoff händler beim bauschoff händler einfach anhalten das lesen wollt und bloß geht es weiter irgendwo abstellen am besten genau hier so dann wir brauchen einiges ich hätte nämlich gerne rohre wie kann ich darüber zu der anderen ansicht nehmen wir brauchen rohre abwasserrohre ich kann mir gar nichts leisten davon oder doch abwasserrohre kaufen wir mal ein abwasserrohr sehr gut was so gabelstapler brauche ich noch gabelstapler den hier so so haben wir die ja seien wir sind offen sehr gut bauarbeiter wo 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 what wo wo Äh, wenn ich das hier nicht so nix, dann doch. Cool, lass ich mir das nach oben ein bisschen. Ah, hell doch. Das wäre ja nun irgendwie da draufkommen, haben sie ja gesagt. Oh nein. Ach so. So, langsam. Okay, so kann man es auch machen. Boah, das Geräusch ist ja echt eckenhaft. Ich bin fast wie so ein heulendes Tier oder so. Und dafür muss ich mir das Ding jetzt ausleihen, bis ich schließe. Ladung befestigen. Alles gesichert. Willkommen, Chef. So, machen wir die Ansicht. Oh oh. So, entsichern. So Chef, hab's erledigt. Hat ja super geklappt, jetzt müssen wir nur noch abladen, verlegen, können wir die Dinger dann von Hand. Die ganze Palette ist aber ein bisschen zu schwer. Runterheben oder mein armer Rücken. Keine Angst, zum abladen benutzen wir den Bagger vorne, dann schaufelt es ein Haken, mit dem wir die Palette abladen. Setz dich mal in den Bagger, bewegt den Löffel über die Palette, dann kannst du die Palette anhaken. Auf geht's, versuch's mal. Na gut, ich versuch's mal. Mit dem Bagger hab ich schon mal Erfahrung. So, dann hauen wir das noch. Oh, war aber schon. Hat der Boss aber schon schön gemacht. Achso. Modus ändern. Alter. Ich wollte doch hier. Dann müssten einmal. Ach, ich vergesse das immer mit der. Ich hätte, glaub ich, vorher das Ding noch runter machen müssen, oder? Was meint ihr? Glaube ja. So, jetzt muss ich die Ladung. Ne, 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 ne. Bagger. Ich kann das ja gar nicht. Äh. Halt. Falsches Auto. Nochmal. Das Ding nach oben. So. Das ran. Halt. Warum. Ich kann grad den. Halt. Bitschenwagen lugen auf. Klarner Bagger. Äh, wieso Färden waren das nicht mehr so richtig? den ansicht modus wechseln ja jetzt so ich musste sehen dass er sonst nicht so so dann gehen wir noch schnell zu unserem boss liefer prima die rohre sind abgeladen und die jungs können jetzt hier weitermachen fahrer wenn ihr fahrzeug zum gelände bringe bringe wäre es gut wenn du die zwischenzeit den schutz container da drüben zum kieswerks bringt aber darauf verbrauche ich den grünen absatz kippe oder ja da steht bei uns im fern gelände wenn du keine lust mehr rüber zu laufen kannst du im taxi nehmen verwenden dazu den knopfen okay also kann ich warte so kann ich ja auch sowas fahren ich wollte eigentlich erst mal ein bisschen rum gucken noch hier okay und hinten ist eine kirche eine burg da will ich jetzt mal hin karte komm da will ich noch im hinterhofen kamera in der sicht ja sehr gut ok jetzt fahr ich krimpelt wird falsch und naja fahr mal einfach mal dahin wo ich spiele gerade eben auszutritt auf der karte hier ist er richtig voll oder so knapp ach du scheiße na gut dann beende ich hier mit die folge ihr dürft mal wissen wie das ist wo man das von drinnen sieht bisschen gas geben kann man naja dann bedanke ich mich für's zusehen und zuschauen das war der BAUSEMUNADO 2015 das hat fast gemacht ich werde auf alle Fälle weiterspielen wenn ihr das auch sehen wollt wie es weitergeht dann schreibt es in die Kommentare und das sehen wir uns beim nächsten Let's Show Samstag bis dahin ciao